Kirchengeschichte Als Kanonist agiere ich in einem in sich schlüssigen, Sie haben es gerade gesagt, wasserdichten und unveränderlichen System mit universellem Anspruch, für dessen Gültigkeit es überhaupt keine Rolle spielt, wie genau und aus welchen Motiven heraus es einmal entstanden ist. Es hat zeitlose, zeitenthobene Geltung und es legitimiert sich selbst. Als Historiker wird dieses in sich schlüssige System dann doch als Ganzes historisch relativiert. Es wird eingebettet in die Umstände seiner Entstehung, in die Zeitgebundenheit des damaligen Denkens, in das machtpolitische Spiel im Hintergrund, Sie haben das wunderbar dargestellt, und in eine inzwischen 150-jährige Wirkungs- und Diskursgeschichte. Dem Kanonisten kann die Geschichte egal sein. Sie wurde wie Adolf von Harnack damals Äzte vom Dogma überwunden. Dem Historiker hingegen muss der Anspruch geschichtsenthobener Geltung suspekt sein, weil er diesen Anspruch seinerseits als Ausdruck einer Epoche der Vergangenheit einordnen kann. Hier könnte man sagen, das Dogma wird von der Geschichte überrollt. Ich habe jetzt zugespitzt, Sie repräsentieren diese beiden Fächer. Sehen Sie sich als solche Antipoden, als Vertreter zweier unversöhnlicher Zugänge? Ich stelle die Frage Ihnen beiden. Wer mag zuerst antworten? Nein, weil auch Kirchenrecht kann man nur begreifen, wenn man die Rechtsgeschichte im Blick hat. Also es gibt ganz viele Berührungspunkte zwischen der Kirchengeschichte und der Rechtsgeschichte. Leider gibt es nicht mehr so viele ausgewiesene katholische Rechtsgeschichte. Peter Landau war einer der letzten hier in München. Ich habe hier vor ein paar Jahren bei der Verabschiedung von Kollegen Prehm mit ihm den ganzen Abend zusammengesessen. Wir haben versucht, Projekte noch zu initiieren, aber er war schon hochbetagt. Und ja, aber das muss man wissen. Da gibt es viele Interdependenzen und wir können natürlich keine Auslegung von kirchenrechtlichen Normen, die heute gelten, ohne den historischen Kontext vorstellen. Das geschieht auch nicht in den Lehrveranstaltungen, dass man einfach normpositivistisch, korrekt, kanonistisch nur den Text hinhaut und sagt, das gilt. Wie das geworden ist, interessiert uns nicht. Dennoch muss man natürlich als Kanonist sagen und da haben wir eine etwas, wie soll ich sagen, nüchtern aufklärende Funktion. Und das ist eben, dass diese konfessionell geprägte katholische Kirche eine Kirche ist, die ihr ganzes Lehrsystem, ihr ganzes Lehrgebäude eben auch durch ein hochgradig differenziertes und legitimiertes Rechtssystem stabilisiert und sanktioniert. Und dazu gehört das Lehrrecht der katholischen Kirche, das man kennen sollte, auch gerade als systematische Theologin und aber auch als Kirchengeschichtlerin. Und wir, also es gibt, ich wäre nicht zum Kirchenrecht gekommen, wenn ich nicht Hubert Müller kennengelernt hätte. Also Kirchenrecht ist auch geronnene Ekklesiologie, das muss man einfach sagen. Also sie versucht, oft zugespitzt, wie ich das ja jetzt deutlich gemacht habe, etwas dann in Form zu gießen, verbindlich zu machen, was, wie wir ja bei Professor Bischof gehört haben, äußerst umstritten war. Und vor allen Dingen haben wir ja ein vorgezogenes Fragment dogmatisiert entschieden auf dem Ersten Vatikanum. Und der Versuch auf dem Zweiten war ja, mit den Blubengänsen das einzufangen. Also ich sage öfters auch spaßeshalber zu der starken systematischen Fraktion unserer großen Fakultät, wir sind nur eure Diener und gehorchen natürlich den Lehrern, die ihr uns erklärt. Also soweit dazu, nein, man muss es immer geschichtlich rückgebunden machen. Das ist ein faszinierendes Fach, was der Kollege vertritt und er wird das jetzt auch deutlich sagen. Ich sehe das genauso, dass man das nicht einfach trennen kann. Im Gegenteil, auch der Historiker, es ist ja gerade die Chance des Historikers Rechtstraditionen in der Geschichte aufzuzeigen, die anders gelautet haben und vielleicht ist das auch ein Weg hin zu einer Rezeption von Vatikanum I, dass man eben zeigen kann, dass es innerhalb unserer Kirche auch Traditionen gibt, die eine andere Rechtsauffassung gehabt haben und auch Rechtsstrukturen gehabt haben. Denken wir nur ans Heilige Römische Reich, an das Reichsrecht, das heute leider auffasst, niemand mehr kennt. Und das dringend wieder in Erinnerung gebracht werden muss in der Wissenschaft, in der Forschung, um eben zu zeigen, dass es bis 1836 im Heiligen Römischen Reich, wie übrigens auch parallel dazu in Frankreich, eigene katholische Rechtstraditionen gehabt haben, die auch Rom anerkannt hat und die legitim waren, die zwar in Spannung und Konkurrenz standen, aber die man nicht als nichtkirchig abgetan hat. Da möchte ich doch mal nachhaken. Also als Historiker, das sehe ich ein. Da kann man sagen, das ist irgendwie relativiert. Ich arbeite auf, wie so ein Dogma entstanden ist. Ich kann dann auch den Standpunkt einnehmen, dass durch die Art des Zustandekommens das im Grunde schon diskreditiert ist. Aber als Kirchenrechtler kann ich das doch nicht. Sie sind ja mitten im System drin. Sehen Sie einen systemimmanenten Ausweg aus der Sache? Können Sie da drüber schauen? Können Sie zurücktreten und von außen aufs Ganze schauen? Das geht schon. Das muss man ja wissenschaftlich sich auch aus dem System begeben und von draußen drauf schauen oder mit, ich nenne es mal Fremdprojektiv, mit auch säkularen Juristinnen und Juristen, Politikwissenschaftlern auf das System schauen. Das macht ja den Reiz auch interdisziplinärer Forschung aus. Also das geht schon. Ich muss natürlich, und das habe ich ja versucht im Vortrag deutlich zu machen, die Verbindlichkeitsgrade benennen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Viele von Ihnen kennen sicherlich Dorothea Sattler, meine Kollegin, die sich ja sehr für die Frage der Frauenordination einsetzt, jetzt auch im Synodalen Weg. Und dann sind wir immer, also dass ich sage, ich würde mir das auch wünschen, dass Frauen zur Priesterin geweiht werden. Das darf ich aber schon eigentlich gar nicht sagen als Kirchenrechtler. Denn ich habe durch Josef Kardinal Ratzinger gehört, das ist also eine ganz knapp unter dem strengen Dogmabegriff laufende verbindliche Lehre, Dogmaleid. Ich muss mich daran halten und als Theologe musste ich ja bei Dienstantritt auch ein Eid leisten, dass ich solche Lehren der Kirche, wir mussten das noch tun, auf Latein, dass wir solche Lehren auch eben in unserer akademischen Lehre benennen. Ich mache das in der Vorlesung dann so, ich stelle das dar und die Aufgabe der Wissenschaft ist es dann, und das wäre meine Antwort, kritisch drauf zu schauen, was sind die Kontingenzen, was sind die historischen Hintergründe. Und ich weise darauf hin, was Kollege Bischof gerade gesagt hat, es gibt in der Rechtsradition der Kirche so viele Schätze, die verschwunden sind, die eindimensional römisch-zentralistisch eingehegt wurden, die aber zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Und jetzt, weil ich das, das wird ja weltweit wahrgenommen, das mit dem Segen, ich will jetzt nicht das Thema selbst im Gegenstand machen, aber dass dann Bischöfe Nein sagen, Nein, das finden wir nicht gut, das ist ein uraltes Rechtsinstitut, nämlich die Remonstratio. Es ist historisch, rechtshistorisch gut belegbar, dass Bischöfe über lange Zeit römische Entscheide zurückgewiesen haben, förmlich und gesagt haben, ja, Kurie, Papst, du hast so entschieden, aber diese Entscheidung kann ich nicht aus diesen, begründet, aus diesen und diesen Gründen in meiner Diözese umsetzen. Das muss man einfach wissen, das war auch bei der Kodifikation klar, das meint immer, oder das meine ich immer, wenn die Historiker uns das lehren, dass wir wesentlich mehr Traditionsbestände haben, und dann schaut immer zum Beispiel mein Kollege Hubert Wolf, der ja sehr medienaffin ist, und sagt immer, ich sage nur, was in der Geschichte gewesen ist, ich erkläre hier keine Irrlehren, aber daraus könnten wir Reformpotenzial schöpfen, um heute Verhärtungen aufzubrechen, das ist so seine Methode. Und Michael Seewald, den Sie bald erleben werden, einer der, denke ich, im Moment weltweit führenden Dogmenhermeneutiker und Dogmenbeschichtler, der macht das ja genauso, der zeigt auf, wie bestimmte Lehren eben plötzlich verschwunden sind, nicht mehr genannt wurden, also zum Beispiel die Abstammung von Adam und Eva, der Monogenismus, plötzlich ist das nicht mehr Thema, also da müssen wir historisch arbeiten, die Dogmatiker auch. Er hat es gerade angesprochen, die aktuelle Lage, das ist ja ein ganz erstaunliches Phänomen, wir haben gerade noch mal gehört, selbstverständlich hat der Papst alles Recht, in jeder Diözese auf der gesamten Welt direkt einzugreifen, wenn er das so richtig hält. Er sagt also, dass weltweit die Segnung homosexueller Paare verboten ist, und überspitzt gesagt, keiner schert sich mehr drum, Tausende unterschreiben Protest, Hunderte Gottesdienste finden statt, viel zu viele, um sie alle disziplinarisch zu verfolgen, also als wollten Sie sagen, 150 Jahre Jurisdiktionsprimat sind genug. Was geschieht da gerade historisch betrachtet? Wie kann es sein, dass so ein römisches Machtwort auf einmal ins Leere geht? Das ist eine interessante Entwicklung, was wir derzeit erleben, das ist aber nicht der Beginn, sondern das hat begonnen 1968 bei der Enzyklika Humana Vitae, dass das Lehramt eine Lehre als verbindlich erklärt hat, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und auch des Klerus nicht mehr mitgetragen wurde. Und damals kam es erstmals zu einem Abbruch des Gehorsams gegenüber dem Lehramt. Und das zeigt sich jetzt heute bei dieser Frage über die Segenung Gleichgeschlechter der Paare noch viel stärker, dass in weiten Teilen der Welt eine Lehre nicht mehr akzeptiert wird, hinter der man nicht mehr stehen kann als Gläubige. Und das bedeutet natürlich einen ungemeinen Autoritätsverlust der Glaubenskongregation, des römischen Lehramts, letztlich auch des Papstes. Und das ist natürlich für die Kirche gefährlich, weil das fördert den Auszug der Menschen aus der Kirche. Und daran hat die Kirche kein Interesse, zu Recht kein Interesse. Und das weist darauf hin, dass wir in diesen Fragen, vor allem in den sozialethischen Fragen, moraltheologischen Fragen, an einem Wendepunkt sind. Da bin ich überzeugt davon. Das Problem, das die katholische Kirche natürlich hat, das muss man auch in den Blick nehmen, ist, die katholische Kirche als Global Player will eine Antwort geben für die ganze Welt. Diese Fragen sind aber in unterschiedlichen Teilen der Welt, werden die unterschiedlich beantwortet. Und es wird wohl so sein, wie der Kollege Schüller vorher gesagt hat, dass man in diesen Fragen keine einheitlichen Antworten mehr geben kann, sondern dass sich das Lehramt darauf verlegen muss, dass man in diesen Fragen je nach kultureller Beschaffenheit unterschiedliche Antworten gibt. Und Möglichkeiten zulässt. Sie haben gesagt, die Kirche hat kein Interesse an der Erosion, aber sie scheint ja auch nicht beeindruckt davon zu sein. Gerade das Beispiel Humane Vitae zeigt ja, dass trotz dieser Proteste und dieser inneren oder äußeren Immigration sich letztlich nichts geändert hat über Jahrzehnte hinweg. Wie deuten Sie das? Also bei Humane Vitae hat die Kirche sogar ausgezeichnet reagiert. Da haben ja die Bischöfe genau das gemacht, was sie vorher gesagt haben. In Deutschland? Nein, 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 weltweit. 33 Bischofskonferenzen haben gesagt, wir gehen da nicht mit, sondern in dieser Frage ist der Gewissensentscheid die letzte Instanz. Und dadurch hat, beispielsweise in Deutschland, konnte man diesen ganzen Protest auffangen. Das Problem ist, dass unter Johannes Paul II. wir über fast 30 Jahre lang permanent diese Frage thematisiert hatten und er diese Frage im Mund hatte. Und es gab sogar Bestrebungen, daraus sogar eine unfählbare Lehre zu machen, was dann aber nicht so weit kam. Dennoch, wenn ich auf die rechtliche Lage schaue und Sie haben es skizziert, Herr Professor Schüller, es hat sich ja nicht in die Richtung geändert, die solche Überlegungen vielleicht nahelegen würden, sondern es ist, wie Sie sagten, eigentlich eher strenger geworden in der Praxis der letzten Jahrzehnte. Ja, man hat ja auch Möglichkeiten der Disziplinierung. Bischöfe leisten ja auch den Treueid und den Amtseid und wo sie auch verpflichtet werden, getreulich die Lehrinhalte, wie sie vorgelegt werden, auch in ihren Diözesen zu verkünden. Wenn man sich den Fragebogen der Nunzien anschaut bei der Rekrutierung von geeigneten Kandidaten für das Amt eines Diözesanbischofs, ist das auch einer der ersten Punkte, die abgefragt werden. Also marianische Frömmigkeit, Priesterkleidung, korrektes Zölibat und dann kommen aber schon die Lehrpunkte. Das ist ja häufig jetzt mittlerweile publiziert worden. Ich hatte ihn selbst in der Hand, kann es also auch aus eigener Anschauung bestätigen. Das steht wirklich so da drin. Also über die Bischöfe hat man diese Verfügungsgewalt, aber auch wir Lehrenden stehen unter dieser Observanz. Jeder von uns kennt das, regelmäßig Kompost und dass man sich dazu äußern muss. Und deswegen ist es mir immer wichtig, und das sage ich dann auch gerade, eher sind ja nicht wir beide, wir sind ja so harmlose Fächer eigentlich, eher sind es die systematischen Theologinnen und Theologen. Und dann sage ich immer, referiert bitte in euren Lehrveranstaltungen den lehramtlichen Stand, macht die historische Genese und dann problematisiert er das, was auch die Aufgabe von Wissenschaft ist. Problematisiert es, dann kann euch keiner was. Und also es gibt genügend Sanktionsmöglichkeiten. Und mit der Erklärung zum Beispiel der Glaubenskongregation im Responsum zu dieser Frage, haben drei mir bestens bekannte deutsche Priester, Ordenspriester, die sich auch publizistisch und öffentlich dazu geäußert hatten, die das auch getan hatten, haben also ein Straftekret bekommen, in dem A drin stand, sollten Sie es noch einmal tun, werden Sie suspendiert und zwar vom Papst selbst, dann kannst du die Entscheidung auch nicht mehr anfechten. Zweitens, Ihnen wird untersagt, und die drei halten sich dran, publizistisch dazu, öffentlich sich zu äußern. Also es gibt schon Gruppen, Sie, normale Gläubige, kann der Papst nicht. Dann sagen Sie, ja, dann mach halt. Aber es gibt schon genügend Abhängige, wo dann schon auch mit den Möglichkeiten der Diskriminierung gearbeitet wird und mit der heiligen Denunziation. Das war immer schon ein Volkssport im Katholizismus, aber da muss man sehr gelassen sein. Also wenn Sie 16 Jahre das Büro eines wirklich profilierten und absolut radikal arm lebenden Bischofs leiten und mit dem Schmäh und Beschimpfungen, also mich kann nichts mehr erschüttern, weil auch die Verrohung der Sprache so weit vorangeschritten ist, dass man sich gegenseitig das Katholischsein abspricht und dabei gar nicht begreift, ich wollte noch ein Beispiel bringen, dass diese katholische Kirche viel bunter und vielfältiger ist, als es gemein in den Eindruck macht. Ich bringe mal ein Beispiel, was hatten wir an einem liturgischen Ritenreichtum, auch in der lateinischen Tradition, der ambrosianischen Ritus in Mailand, ja, in Spanien. Also wir haben es in Zaire oder heute, früher aus Zaire, wir haben einen großen Reichtum an Riten und da sagt auch keiner, dadurch wird das eine Moment verloren gegangen. Also diese Balance zu halten zwischen dem Dienst der Einheit, das war wie am Schluss ja ganz wichtig, das würde ich auch unterstreben, ich bin natürlich römisch-katholisch und der Papst ist zentral. Und dem, was man aber an Möglichkeiten lässt in der Fläche, inkulturiert. Wie wollen sie denn die jungen, missionarisch aufstrebenden Kirchen, Ozeanien, Asien, Afrika, die kannst du doch nicht mit einer europäisch-römischen Denkweise in ihre Kulturkreise übersetzen. Die müssen selbst den Weg finden, wie sie Jesus Christus in ihre Kulturkreise hinein adaptieren. Wie wäre die China-Mission erfolgt, wenn man nicht zunächst mal begriffen hätte, ja, wie denken sie philosophisch, spirituell, so geht doch, das ist ja die große Stärke des Christentums, sie ist inkulturationsfähig und das geht nicht durch eine zentralistische, das ist der Holzweg. Aber faktisch haben wir es ja, also und hat nicht HANA letztlich recht, dass die Geschichte und die historischen Umstände in dieser Frage vom Dogma überwunden sind. Ich meine, das Argument mit der Honorius-Frage, Sie hatten es ja vorhin, das stimmt ja. Es gab nun mal einen heretischen Papst im 7. Jahrhundert. Nach dem heutigen Recht ist das eine Aporie, was soll man machen? Quiz Judikabit. Also wer könnte überhaupt, welches Verfahren gäbe es überhaupt, es gäbe keins. Also faktisch, wenn ein Papst heute was Heretisches sagen würde, Gott bewahre, würde es dadurch zur Wahrheit? Oder wie, bitte sehr. Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Es gibt auch keine Vorkehrung, was geschieht, wenn ein Papst, wir haben es bei Johannes Paul II. Jahrhundert erlebt, so schwer krank wird, dass er nicht mehr rechtsgeschäftlich handeln kann. Da steht nur im Kodex Kanon 335, dann möge er dafür Vorsorge tragen oder ein Gesetz. Inzwischen wissen wir, dass die letzten Päpste es testamentarisch verfügt haben. Wer weiß aber, wo es ist? Welche Mediziner werden engagiert, um festzustellen, dass der Papst nicht mehr handlungsfähig ist? Der Papa Iliodikus, der Papa Heretikus war ja in der Kirchengeschichte immer ein großes Thema. Woran macht man das fest? Aber Sie haben natürlich recht. Wir sind mit dem ersten Vatikanum, was diese unkonditionierte Machtfülle angeht, in eine Sackgasse gelaufen. Vor allem im Worst-Case-Fall. Wenn einer verrückt wird, wenn einer heretisch wird, wenn einer dement wird, wenn einer nicht mehr handeln kann. Und dann wird das existenzgefährdend. Denken Sie mal, ein Papst, der 15 Jahre im Wachkoma liegt. Das Wichtigste geschieht nämlich nicht mehr. Es werden keine Bischöfe mehr ernannt. Das ist existenzgefährdend. Und dann erschrecken immer die Studierenden. Ich sage, die Kirchengeschichte zeigt uns viele Beispiele. Sie kennen die besser als ich, wie man dieses Problem dann gelöst hat. Die Vorstellung vom Papa Heretikus, die gibt es ja noch. Und die ist ja auch noch im Kirchenrecht drin. Das Problem ist doch, dass wir heute niemand mehr haben, der das feststellen kann. Und das würde mich schon als Historiker interessieren, was das Kirchenrecht auf Zukunft hinaus plant, wie man das wieder in den Griff kriegen kann. Im Grunde hatten Sie, Herr Professor Schiller, vorhin schon die Antwort gegeben am Ende. Es kommt auf einen an, nämlich auf den Papst. Deshalb stelle ich jetzt auch meine Abschlussfrage wieder an Sie beide, diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Wenn Sie Papst wären, wie würden Sie mit dem Erbe dieser beiden Dogmen umgehen? Ganz ehrlich. Also für einen Historiker ist das eine unmögliche Frage, weil er nicht in Zukunft Perspektiven entwickeln kann. Aber okay, ich versuche es mal. Also, ich bin persönlich überzeugt, dass Papst Franziskus etwas Wichtiges erkennt mit der Dezentralisierung der Kirche. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, und ich schließe mich dem ehemaligen Bischof von St. Gallen an, der das erstmals formuliert hat in der Europäischen Bischofskonferenz, die katholische Kirche braucht dringend Kontinentalkirchen. Also, um in einer zunehmend globalen und kulturell unterschiedlichen Welt als einheitliche Kirche bestehen zu können, braucht es kulturell abgegrenzte, man kann den Kontinentalkirchen nennen, als Zwischeninstanzen mit weitgehenden Sonderrechten. Und ich glaube nicht, dass der Papst verlieren würde, wenn er Macht abgebe, wenn er beispielsweise durch ein Konzil oder durch eine Bischofssynode es möglich macht, dass Leitungsgewalt in der Kirche kollegial gemacht werden kann. Sie haben es ja angesprochen, die Bischofssynode, da könnte man, der Papst ist ja jederzeit, nein, Sie haben es gesagt, im Kirchenrecht sieht es schon vor, jede Bischofssynode könnte ein kollegialer Entscheid sein. Und damit wäre, dass die bischöfliche Kollegialität, die Paul VI. während des Konzils gewahrt hat, denn die Konzilsbeschlüsse sind ja nicht vom Papst bestätigt, sondern vom Papst zusammen mit den Bischöfen. Also das ist wirklich ein konziliarer gemeinsamer Leitungsakt gewesen. Das wäre jederzeit möglich. Und wenn das Schule macht, wenn das der Normalfall wird, dann verliert auch die Lehre von Vatikanum I an Gewicht. Schade, dass die Systematiker nicht da sind, weil meine Frage an die Systematiker wäre natürlich, wie geht die Kirche mit einem Dekret um, mit einem Beschluss um, mit einem Konziliarenbeschluss um, von dem man sagt, dass es geoffenbarte Wahrheit ist. Das wollte ich gerade fragen. Also wir können die Frage ja an die Systematiker weitergeben. Das ist das Schöne an dieser Zweiteilung jetzt. Aber nochmal kurz nachgefragt, das würde ja implizieren, dass diese Kontinentalkirchen, ich sage mal im ostkirchlichen Sinne, autokephal sind. Also dass die Jurisdiktionsgewalt vom Kontinent Europa aus an der Kontinentsgrenze auch seine rechtlichen Grenzen findet. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Man könnte durchaus Modelle finden. Ich komme ja aus der Schweiz und da sind wir gewohnt, Kompromisse zu suchen und Partipationsrechte eben zu üben, einzuüben auch und entscheide dann aber auch zu akzeptieren. Und man könnte ja auch bei einer Kontinentalkirchenstruktur durchaus Römische, den Papst mit einbeziehen oder auch Vertreter der übrigen Kontinentalkirchen mit einbeziehen, um im ständigen Austausch zu sein. Autokephal wäre natürlich, das wäre Bruch. Autokephal wäre Bruch. Das funktioniert nur, das würde dann, das Einheitsmodell der katholischen Kirche würde das zerbrechen. Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben. Und wir sehen ja, zu was es führt, dass ja zum Beispiel die orthodoxen Kirchen immer noch nicht so wirklich einen Konzil zusammengefunden haben, weil eben die Autokephalie und auch die politische Vernetzung mit den jeweiligen staatlichen Gebilden sehr partikulare Interessen in den Vordergrund treten lässt. Das ist ja die große Schwäche. Das sage ich hier ganz unökumenisch quasi. Aber man sieht es halt über die Jahrhunderte. Ich finde auch, also zunächst einmal glaube ich, dass es ein Konzil bräuchte für eine Revision. Und der Kernpunkt ist eben systematisch-theologisch. Es soll eine geoffenbarte Wahrheit sein. Was wäre das für ein Schritt zu behaupten? Man hat in einer Situation etwas für eine geoffenbarte Wahrheit gehalten, was sich aber so nicht als Wahrheit zeigt. Das ist aber eine systematisch-theologische Frage. Ich stelle sie nur und das werden ja dann die Kolleginnen und Kollegen zu beantworten haben. Da sind wir nur Diener und Dienerinnen dieser systematischen Theologie. Das Zweite, was ich sagen will, ich habe in meiner Doktorarbeit viel über das orthodoxe Kirchenrecht gearbeitet. Und ich habe meinen Probevortrag in Münster zur Streichung des Titels Patriarch des Abendlandes gehalten. Und das hat ja Benedikt XVI. wegfallen lassen mit dem Hinweis. Kaspar hat dann gesagt, er war damals noch Präsident des Päpstlichen Einheitsrates, es wäre ja nur noch eine historische Fiktion, man sollte nicht Fiktion aufrechterhalten. Ich glaube, und das kommt vielleicht in Ihre Richtung, dass man über das alte System der Patriarchate mit hohen juristikationellen Eigenständigkeiten, der Bewahrung der geistlichen Tradition, der Liturgie auch, das haben wir ja schon eben ein bisschen anklingen lassen, das wäre eine Chance gewesen, diesen Papst einzubinden, wie es ja schon mal altkirchlich war, mit all den Fiktionen, das können Sie besser darlegen als ich, das hätte ich gut gefunden. Aber dafür bräuchte es meines Erachtens eines Konzils, wo ein Papst eben selbst die Agenda erstmal vorgeben müsste, selbst aber so mutig wäre, mal die Geschäftsordnung wieder in die Hände des Konzils zu geben, denn Ordnungen von Konzilien sind politische Absichtserklärungen, dann weiß man sofort, wie der Hase läuft und dann müsste ein weltweites Konzil den Papst darin bestärken, wie ich es als alter Zivilleister gesagt habe, ich rüste ab, mit guten Begründungen und wir haben gesehen, dass es nicht die Effekte erzielt hat, jetzt rede ich ein bisschen wie ein Politiker, die es erzielen sollte, aber ich würde eben dann schauen, das ist eine offene Frage für mich, wie kann denn dennoch der Bischof von Rom gerade in krisenhaften Situationen den Dienst der Einheit leisten? Das wäre schon eine Frage, die ich diskutieren möchte. Ja, aber als Zentrum Unitat ist natürlich, wie im ersten Jahrtausend, also diese Aufgabe würde ihm ja ohnehin bleiben und die würde sogar wachsen bei einer solchen Kirchenstruktur. Aber eben als einer untergleichen müsste das heißen, Sie beide haben im Grunde jetzt schon hingeführt auf das große Diktum des frühen Josef Ratzinger, der ja sagt, im Falle einer Wiedervereinigung mit den Ostkirchen müsste nicht mehr an Primatslehre vorausgesetzt werden, als was im ersten Jahrtausend gelehrt und gelebt wurde. Wenn er das später dann als der Papst wurde umgesetzt hätte, wäre der Fall wahrscheinlich inzwischen geklärt. Aber die Frage nochmal, wäre das denn logisch oder macht er da nicht im Grunde, ich sag mal, war das nicht die Idee fast, einen Trick anzuwenden, um aus dieser universalen Nummer rauszukommen, wenn man sagt, wir definieren die um als eine partikularrechtliche Besonderheit. Der Anspruch ist doch eigentlich eben gerade nicht partikular, sondern universell. Ja, und das geht ja gar nicht. Also seit wann beschränkt sich dann die Offenbarung auf eine Teilkirche? Wunderbar, das ist eine wunderschöne Quintessenz. Jetzt haben wir schon zehn vor sieben. Ich frage trotzdem mal gerade, mag jemand von Ihnen im Saal eine Frage stellen? Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich bin Jesuit, jetzt pensioniert und Nonnenseelsorger und vielleicht ist das halt mein Erstaunten. Ja, ich war Naturphilosoph und Biologie ist eigentlich eine, zwar für Moraltheologen eine gefährliche Disziplin, aber sonst nicht so in dieser Präsenz. Und so ist das baff, dass ich vor allem von einer Seite, wo ich es gar nicht erwartet hätte, nämlich vom Kirchenrecht her für mich, ja vielleicht aus dieser Aufnahmefähigkeit, die man als unterbeschäftigter Rentner hat, zum Vorschein gekommen. Vielen Dank dafür. Die historische Seite war mir durch Lektüre von Hubert Wolf näher und nicht so neu wie, ich sage es mal hart, dieses, ja, selbstverständliche, wir haben ein Bischofs, das Bischofskollegium neu entdeckt am Zweiten Vatikanum und da gehen theologische Überlegungen voran. Es wird ein bisschen gegengesteuert, aber es ist doch eigentlich vorangehen. Und mir geht zum ersten Mal auf, wie zementiert im Hintergrund das Kirchenrecht etwas mit neuen Mitteln in alte Formen gießt, in einer Art und Weise, wo ich gedacht habe, das hätte sich eigentlich erledigt. Und meine Frage, die ich jetzt habe, ist, wie kann man aus diesem Hintergrund mit gutem Gewissen als Katholik Ökumene betreiben? Das ist auch eine gute Frage. Sehr gute Frage. Warum ist das geschehen, Herr Kollege? Weil das Konzil selbst, das ist ein oft genannter Punkt, wenig Wert darauf gelegt hat, das, was es an dogmatischen Gewichtungen vorgenommen hat. Also es hat ja altkirchliche Vorstellungen von Bischofskollegium revitalisiert. Das nicht in rechtliche Form zu überführen, wenn man sich die frühe Konziliengeschichte anschaut, wissen wir, waren ja einmal die lehrmäßigen Streitigkeiten, Christologie, Trinitärzillologie, aber wo man schon mal beisammen war, hat man auch eben die disziplinären Fragen geregelt. So ist Kirchenrecht entstanden, in den Kanonisten, da kommt der Wort auch Kanon her. Und das hat man auf dem Zweiten Vatikanum versäumt und dann hat es der in die Hand genommen, der es kann, nämlich der Papst. Und wenn Sie noch mal daran denken, 67 die Bischofssynode, wo die Leitideen festgelegt wurden, da stand noch Subsidiarität drin. Pius XII. hat ja das mal auch durchdekliniert, dass das auch ein ektisiologisches Prinzip sein muss. Das ist nichts anderes als heilsame Dezentralisierung. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich mit den Studierenden im Spezialstudium, im Dezentiat, da gehen wir auch die ganze Codex-Reform, das ist ja alles in Latein, die können das, gehen wir durch und schauen wir uns, wie über die verschiedenen Jahre bis 1983 die Texte im Verfassungsrecht verändert wurden. Es begann mit sehr erfreulichen, von Ihnen bekannten konziliaren Formulierungen und zum Beispiel beim Diözesamt-Bischofsamt. Da steht ja, der hat Amtsgewalt aus sich selbst heraus. Also es steht Exene, da streicht man dann im Normtext, schreibt am Anfang des Kodex rein, es gilt nicht das, was dogmatisch in Konzilien gelehrt wird, sondern es ist immer der Normtext, also eine sehr rechtspositivistische Interpretationsmethode. Das sind die Punkte, wo das Konzil nicht drüber nachgedacht hat, das in eigene Hände zu übergeben. Und dann kam der Passwort seiner Kurie und hat es dann wieder im Sinne des Ersten Vatikanums adaptiert. So ist der Prozess gelaufen. Ja, das ist einleuchtend. Danke. Ich wollte ein bisschen das Konzil verteidigen. Nein, das Problem ist einfach aus historischem, wir haben ja im Zweiten Vatikanischen Konzil eine vergleichbare Situation wie auf dem Ersten. Wir haben allerdings dort eine Mehrheit, die das hat schon am Montau des Papstes wollte und mitgetragen hat, aber wir hatten auch eine sehr einflussreiche Minderheit, die sich während des ganzen Konzils strikt gegen alle Änderungsversuche, sowohl in der Ekklesiologie wie in der Lehre gestellt hat. Und dass es gerade in der Kirchenleitung, in der Ekklesiologie nicht dazu gekommen ist, also die Verlinkung, wie ich denn das verstehen muss, dass einmal die Lehre von Vatikanum I, Lumen Gentium 25 ist glaube ich, drin steht und dann in 2021, 2022 die neue Ekklesiologie mit der Bischöfskollegialität. Das haben natürlich die Bischöfe wie Döpfner schon gesehen. Aber das durchzudrücken ist nicht gelungen auf dem Konzil. Und deshalb ist man den Kompromiss eingegangen, weil man natürlich alles andere, was unglaublich wertvoll ist in dieser Konstitution, nicht auch aufs Spiel setzen wollte. Und das Problem ist in der unmittelbaren Nachkonzilsphase wahrscheinlich passiert, weil die meisten Bischöfe davon ausgegangen sind, dass sich das Prinzip der bischöflichen Kollegialität in Zukunft fortsetzen werde und dem die Zukunft gehören würde. Und dann kam unter Johannes Paul II. sehr rasch eben dieser Einbruch. Ja, wir merken, wir sind mit dem Thema nicht am Ende. Die Irreformabilität bleibt Dauerthema, aber wir bleiben dran. Wir haben eine Videokonferenz zum Thema am 21. Juni um viertel nach acht für etwa eine Stunde. Und dazu werden dann die Erfurter Dogmatikerin Julia Knob, der emeritierte Professor für Dogmatik hier aus München, Peter Neuner, und der schon im Vortrag erwähnte Professor für Dogmatik in Münster, Michael Seewald, dabei sein. Und wir können viele Fragen, die heute aufgeworfen wurden, dann mit denen versuchen, weiterzuklären und zu vertiefen. Vielleicht sind Sie ja zuständiger für die spannenden Fragen, die Sie beide aufgeworfen haben. Also vielen Dank an Sie, Herr Professor Bischof, Herr Professor Schüller, für das Gespräch und Ihre Vorträge. Und Ihnen dafür, dass Sie live und in Farbe und physisch bei uns waren. Bis zum nächsten Mal. Applaus Applaus Vielen Dank.